Im ersten Video zu den Berliner Stadtmodellen hatte ich die Ausstellung allgemein sowie das Wandmodell im Detail vorgestellt, im zweiten Video das Ost-Berlin-Modell. Nun geht es also um das zentrale Modell, das all die Veränderungen im Zentrum der Stadt seit 1990 so plastisch aufzeigt. Um es nochmal in Erinnerung zu rufen, die weißen Gebäude stellen den Bestand von 1989 dar, die braunen Gebäude sind nach der Wiedervereinigung Berlins dazugekommen, befinden sich im Bau oder sind, wenn sie nicht detailliert dargestellt sind, noch in der Planung. Wie bei den ersten beiden Videos habe ich auch hier den Kommentar live vor Ort eingesprochen. Und dann der Schwenk rüber zu dem Modell, was ich am spannendsten finde, weil man eben hier am besten die ganzen Veränderungen der letzten Jahre erkennen kann. Wir sind wieder in diesem Gebäude mit der Markierung. Der alte Kern direkt vor uns, also da wo der Bahnhof Alexanderplatz ist, da kam dann die Festungsanlage runter, ging dann hier unten weiter, dann hinten im Bogen hinter dem Schloss, hinter dem Dom wieder zurück. Also alter Kern zu sehen. Nochmal die Marienkirche, die ist natürlich weiß, das stand alles schon 1989, 1990, aber auch hier im engeren Bereich hat man schon einiges gebaut und hier, ich hatte ja in einem Video das Klosterviertel vorgestellt, kann man gut erkennen, was da jetzt dichter bebaut werden soll, so rund um die Ruine der alten Klosterkirche, die man hier sehen kann und hier der Überrest der alten Stadtmauer neben der Parochialkirche. Gut, aber auf dem Bereich, wie gesagt, bin ich in einem Video genauer eingegangen. Fernsehturm natürlich zu sehen, die Marienkirche, Berliner Dom, das Humboldt Forum und dann der Alexanderplatz, der verändert sich gerade auch sehr schnell. Also einige Hochhäuser sind im Bau, noch nicht alle, die man hier sehen kann, die geplant und genehmigt sind, aber es wird demnächst weitere Hochhäuser im Stadtkern Berlins zu sehen geben. Also bei der Galeria Kaufhof ist man schon intensiv dabei. Gut, schwenken hier so ein bisschen rüber. Dieses Gebiet, ehemaliger Grenzbereich, das Engelsbecken, ist vor einiger Zeit dicht bebaut worden, mit vor allen Dingen Wohnbebauung. Und hier sieht man die Mauermarkierung, das ist so dieses Kupferband, was sich hier so zickzackartig durchzieht. Also gerade so im Grenzbereich gab es viele freie Flächen, die man dann gut bebauen konnte, also auch hier sehr stark, sehr viel gebaut worden. Geht dann hier rüber, da hat man den Axel Springer Verlag, der hat sein Gebäude Ende der 50er bewusst direkt an die Grenze gesetzt, die dahinter verlief, um nach Osten hin die freie Presse, die freie Meinung zu demonstrieren. Und das Gebäude war weiterhin sichtbar nach Ostberlin, darum hat man dann diese Hochhausblöcke als Gegenstück auf Ostberliner Seite errichtet, um den Blick zu versperren und um zu zeigen, wir können auszubauen. Springer hat gerade neu gebaut, er wollte unbedingt auf beiden Seiten der Mauer ein Gebäude haben, das war schon der Traum früher von Axel Springer gewesen, auch auf der Ostseite bauen zu können. Das ist so ein neues, modernes Bürogebäude. Sieht architektonisch, wenn man davor steht, ein bisschen anders aus, als man das hier im Modell sieht, also auch farblich. Aber das hatte ich auch in einem der Fahrradfahrvideos schon mal gezeigt. Gut, ein bisschen südlich davon findet man dieses gezackte Gebäude, das jüdische Museum von Daniel Liebeskind. Sieht aus wie so ein aufgeklappter Davidstern oder ein Blitz und hier der Garten des Exils dabei. Also eines der meistbesuchten Museen. Der Bereich hier drüben gehört auch dazu. Dann weiter hier rüber kommt man zum Tempodrom. Das steht, das daneben steht noch nicht. Das ist aber schon detaillierter geplant, genauso wie diese Gebäude hier, die demnächst entstehen sollen. Und hier drüben hat man den Anhalterbahnhof. So, jemals größter Kopfbahnhof Berlins. Auch hier wird noch gebaut demnächst. Ein bisschen höher sieht man dieses quadratische Gebäude. Das ist das Areal der Topographie des Terrors, also das Ausstellungsgebäude auf dem ehemaligen Areal der Gestapo, des Reichsfürst SS, also der ehemaligen Terrorzentrale des Dritten Reiches. Die Mauer ging praktisch dahinter durch. Also man sieht das hellere Gebäude ist der Martin-Gropius-Bau. Dahinter braun-weiß, der preußische Landtag mit dem Unterhaus. Ein Stückchen weiter dahinter ist das Oberhaus einer Leipziger Straße. Es gab ja ein zwei Kammersystem. Gut, dann sehr markant hier Potsdamer Platz und Leipziger Platz. Also das Achteck, das Oktogon ist der Leipziger Platz. Und die Westseite, also die Mauer ging halt gerade hoch Richtung Reichstagsgebäude, das man hier sehen kann. Das weiße Brandenburger Tor wäre ganz klein und weiß daneben zu sehen. Also hier ist in den 90ern viel gebaut worden. Das Daimler Areal, hier so entlang 19 Gebäude für 2,2 Milliarden. Dahinter mit dem speziellen Dach, das Sonny Center. Die japanische Firma Sonny hat hier sieben Gebäude für etwa 800 Millionen hochgezogen. Und das Dach symbolisiert die Spitze des heiligen Berges der Japaner den Fujiyama Schnee bedeckt in Berlin. Dahinter gibt es noch das Beisheim Center, direkt dahinter. Ja und auch dieser Bereich hier ist inzwischen bebaut worden. Also ganze Bereich, hier knapp 10 Milliarden hat man da verbaut. Tiergartenbereich, also ein bisschen links rüber. Da haben wir das Kulturforum, das in West-Berlin schon entstanden war. Also etwas größer da hinten die Berliner Philharmonie zu sehen. Da der Kammermusiksaal, drumherum Museen hier. Also hier die neue Nationalgalerie. Hier drüben wäre die neue Staatsbibliothek. Und ansonsten auch im Tiergeradenbereich schon sehr viel gebaut. Viele Botschaftsgebäude. Also standen, taten schon die italienische Botschaft und die japanische 1942-43 für die Alliierten des Dritten Reiches gebaut. Aber die anderen daneben sind erst in den letzten Jahren dazu gekommen. Also hier wäre Österreich, hier wäre Indien, Südafrika, türkische Botschaft gibt es dort. Und wenn man dann hier weiter rüber schaut, kommt man hier zu den skandinavischen Ländern. Nordischen Länder haben hier gebaut. Und hier vorne Bundesgeschäftsstelle der CDU mit der etwas schiffsartigen Form, die man hier sehen kann. Tiergarten, wieder gut zu erkennen hier. Siegessäule markiert hier den westlichen Rand des Modells. Hier unten sieht man das Bundespräsidialamt, Mitarbeiter für den Bundespräsidenten, der seine Gäste im Schloss Bellevue empfängt. Dann hier die Bundesschlange, ein Wohnungsbau des Bundes, den man oder die man geplant hat, als man den Regierungsumzug entschieden hat, hatte der Bund sich verpflichtet, Wohnungen für die Mitarbeiter selber zu stellen, weil man damals dachte, Wohnraum wird knapp. Ist es inzwischen auch. Zwischenzeitlich mal nicht. Darum sind auch gar nicht so viele Abgeordnete da eingezogen, weil die auch gar nicht zusammenwohnen wollten. Gut, noch mal gut zu sehen, Kanzlergarten, Kanzleramt und die Bürogebäude für den Bundestag, so rund um das Reichstagsgebäude. Hauptbahnhof gut zu erkennen und wesentlich deutlicher zu sehen, eben hier auch das Europaviertel, die Europa City, die also sowohl jenseits des Bahnhofs zu sehen ist, mit diesen Blöcken, als auch das Hauptareal hier parallel zur Heidestraße, was gerade im Bau ist. Also hier stehen die Kräne noch, das ist noch nicht so detailliert, das ist also noch nicht fertig, aber einige oder mehrere Bereiche sind es schon. Wenn alles fertig ist, werde ich da dann mein Abschlussvideo zu Europa City drehen. Bisschen was habe ich da schon dazu gemacht. Gleisanlagen, hier fährt dann also auch die S21, die dann irgendwann eröffnen soll. Eigentlich Ende diesen Jahres, mal sehen, ob das klappt. Gut, was haben wir noch? Wieder den Grenzbereich hier. Hier lang geht Eisstadion und dann hier der Bundesnachrichtendienst. Auch zu dem Komplex habe ich ja ein Video gemacht. Ja und dann vielleicht noch mal als letzter Blick so durch die Friedrichstraße, Nord-Siedachse des alten historischen Berlins, die hier entlang geht. Bisschen links davon wieder der Gendarmenmarkt, also auch hier hat man in den 90ern schon sehr viel gebaut, auch in der Straße allein zehn Milliarden verbaut. Berlin hat sich also enorm verändert und wandelt sich weiter. Das kann man besonders gut an diesem Modell erkennen. Mit meinen Videos wollte ich einen kleinen Eindruck davon vermitteln und Lust auf mehr machen. Lust darauf, sich die Ausstellung selber einmal anzuschauen und natürlich darauf Berlin zu erkunden und zu erleben und die Ergebnisse vor Ort zu betrachten. Wer möchte, kann gerne in den Kommentar schreiben, ob mir das gelungen ist und was du dir als erstes anschauen würdest. Ich wünsche viel Spaß dabei und alles Gute!